In den letzten Jahren hat es verdient, dass wir sie hier heute feiern. Und ich denke mal, bevor ihr das Geragtschiff ablegt, werden wir jetzt gleich mal sehen, was passiert. Es sind in der Tat 1000 Luftfahrungs in Schwarz, in Hut. Und in Wies, wir haben extra mit der Nase gestrochen, kein Problem. Wir können uns getriegen lassen, auch ganz am Wind ist in der Nähe.